Auf einer Webseite eine ganz bestimmte Information zu finden, ist gar nicht immer so einfach. Gerade Wikipedia-Seiten, die sind ja seitenlang, wenn man sie zusammenhängen würde, wahrscheinlich mehrere Meter. Und hier jetzt eine gezielte Information herauszufiltern, das würde sehr lange dauern. Hierfür brauchst du die Volltextsuche mit einem Tipp auf dieses Symbol oben rechts. Jetzt hast du die Möglichkeit, auf der Seite zu suchen. Und hier gibst du nun den Begriff ein, der dich interessiert. Helena, auf dieser Insel wurde er verbannt. Und du siehst, sobald du beginnst zu schreiben, werden dir die entsprechenden Wörter markiert. Und du kannst bequem von Begriff zu Begriff springen. Und es wird hier immer auf dieser Seite angezeigt.